Jetzt komme ich mal zu dir. Das ist aber lieb, dass du mich hier zum Essen einleitst. Jetzt guck dir das mal, jetzt will ich dir mal was zeigen. 2,50er, du kennst doch Geld. Ist nicht magnetisch, kannst du ein Magnet dran halten. Kupfer Messing, so jetzt pass auf. Jetzt müssen wir mal sehen. Ich lege das jetzt hier mal drauf. So, pass auf. Und das andere auch hier. So, jetzt wollen wir mal sehen, wenn du sprichst. Du musst mir jetzt helfen. Jetzt sag mal, soll aufstehen. So, einer soll aufstehen. Einer soll aufstehen, gut, pass auf. Steh auf, jetzt mache ich mit. Steh auf. Oh, guck dir das an. Jetzt greif dir den mal mit der Hand, aber ganz vorsichtig. Nimm dir den mal. Ganz vorsichtig. So. Ist das jetzt 50 Cent? Ja. Du kennst doch Geld. So. Ist das nicht fantastisch? Hier in deinem Haus. So. Das wollte ich dir nur zeigen. Mit Geld. Kann sprechen mit Geld, aber jetzt will ich erst mal essen hier. Ja, eben. Dann kann ich gleich auch bleiben. Komm, wir müssen uns dann wieder zurück. Mach's mal. Ja. Ja.